Vorab, dieses Video ist von einer KI-Stimme gesprochen, die Texte dazu stammen allerdings von einem Menschen und sind gewissenhaft recherchiert. Dazu mehr in der Kanalvorstellung. Sollten Sie solche Videos nicht mögen, bin ich Ihnen nicht böse, wenn Sie es nun wieder schließen. Alle anderen herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Heute begeben wir uns über den großen Teich, viele Kilometer von uns und unserer westlichen Lebensweise entfernt. Doch auch dort finden wir Prophetien, die sich mit unseren westlichen Schauungen decken. Wir schauen auf ein Volk voller Geheimnisse und Naturverbundenheit, voller wandelhafter Geschichte und tiefsinniger Prophetien. Die Rede ist von den Hopi-Indianern. Die Rede ist von den Hopi-Indian. In den kargen Landschaften des Nordostens von Arizona, umrahmt von der atemberaubenden Painted Desert, leben die Hopi. Sie sind die westlichste Gruppe der Pueblo-Indianer, ein Volk mit tiefen Wurzeln und einer einzigartigen Kultur, die seit Jahrtausenden in dieser Region gedeiht. Die Hopi, deren Name friedfertiges Volk bedeutet, sind eng mit ihrer Umgebung verbunden. Ihre traditionellen Dörfer, Pueblos genannt, schmiegen sich an die Hänge der Mesas und ihr Lebensstil ist geprägt von Respekt vor der Natur und ihren Zyklen. Landwirtschaft und Handwerk bilden die Grundlage ihrer Existenz und tiefe spirituelle Überzeugungen durchziehen jeden Aspekt ihres Alltags. In den Dörfern der Hopi, hoch oben auf den Mesas des amerikanischen Südwestens, lebt eine Kultur, die über Jahrtausende hinweg Bestand hatte. Rein auf die für das Überleben benötigten Dinge fokussiert, prägten einst starke Clanverbände und enge Bindungen an die Muttererde das Leben dieser Gemeinschaft. Die Hopi waren stets ein Volk der Selbstversorgung. Mais, Bohnen, Kürbis und Melonen gediehen auf ihren Feldern, während Männer Jagd und Viehzucht betrieben. Die Frauen hingegen kümmerten sich um Haus und Familie, töpferten ihre nützlichen und doch reich verzierten Gefäße, gestalteten wunderschöne Schmuckstücke, die heute noch im selben Stil gefertigt in den Dörfern käuflich erworben werden können und flochten aufwendige Körbe sowie Matten, die als Schlafplatz dienten. Doch die Ankunft der Europäer brachte einschneidende Veränderungen. Neue Technologien, Nutztiere und Lebensweisen beeinflussten die Hopi-Kultur tiefgreifend. Traditionen gerieten ins Wanken, Lebensweisen mussten angepasst werden. Vieles unter Zwang. Heute präsentiert sich das Bild der Hopi-Gemeinschaft vielschichtig. Die Landwirtschaft spielt zwar weiterhin eine wichtige Rolle, doch auch hier sind gewöhnliche Arbeiten, die eine moderne Lebensweise mit sich bringt, gegen Lohn inzwischen zunehmend in den Vordergrund gerückt. Kunst und Kunsthandwerk hingegen erleben eine Renaissance. Die farbenfrohen Textilien und kunstvollen Schmuckstücke der Hopi sind weltweit begehrt. Trotz des kulturellen Wandels bewahren die Hopi ihr stolzes Erbe. Ihre Dörfer, Publos genannt, sind nach wie vor heilige Städten, an denen Traditionen gepflegt und Zeremonien abgehalten werden. Besucher sind willkommen, doch Respekt ist oberstes Gebot. Fotografieren und Filmen in den Publos ist strengstens untersagt, ebenso wie das Betreten heiliger Städten. Die Hopi sind ein Volk im Wandel, das seine Wurzeln ehrt und gleichzeitig den Herausforderungen der Gegenwart begegnet. Ihre Kultur, reich an Traditionen und Kunstfertigkeit, ist ein faszinierendes Zeugnis der menschlichen Anpassungsfähigkeit und des beharrlichen Strebens nach Bewahrung der eigenen Identität. Trotz all der Einschränkungen, die ihnen von den Kolonialherren auferlegt wurden. Die Hopi-Kultur ist reich an faszinierenden Ritualen und Zeremonien, die oft von kunstvollen Tänzen und kraftvollen Gesängen begleitet werden. Besonders bekannt ist der Schlangentanz, bei dem die Hopi-Priester Klapperschlangen mit bloßen Händen anfassen und tanzen. Ein kleines Geheimnis dazu möchte ich euch nicht vorenthalten. Jahrhundertelang rätselte die Welt, wie die Hopi-Priester den Biss der giftigen Klapperschlangen überstehen konnten. Erst im 20. Jahrhundert enthüllte der Herpetologe Charles Bogart das Geheimnis, die Schlangen wurden vor dem Tanz präpariert, indem man ihre Giftzähne entfernte. Eins zeigt dieser kleine Trick. Nicht der eigentliche Giftbiss ist das wichtigste an dieses seit Jahrhunderten überlieferten Tanzes. Wichtig ist die Symbolik dahinter, die Tradition, die hinter diesem Gesängen und Tanzen stehen, der Glaube an ihre Götter und die Natur und nicht an die Gefahr, die sich die Priester sich aussetzen. Ob nun Gift oder nicht, die Ehrerbietung ist, ist tief verwurzelt und hat in all der Zeit nichts an ihrer kraftvollen und tiefgründigen Symbolik verloren. Doch die Hopi sind nicht nur für ihre Rituale und ihre tiefe Verbindung zur Natur bekannt, sondern auch für ihre Prophezeiungen. Seit Generationen warnen ihre Seher vor einer Zeit der Umwälzung und Reinigung, die mit dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs beginnen soll. Die Hopi-Prophezeiungen sprechen von vier Welten, die die Menschheit durchlaufen wird. Die vierte Welt, in der wir uns gerade befinden, soll von Krieg und Zerstörung geprägt sein, aber auch von der Chance auf einen Neuanfang. Nach der mündlichen Überlieferung der Hopi, Hopi-Navoti genannt, lebten vor der Erschaffung der Erde die Geister in einem grenzenlosen Raum namens Tokpela. Zur Zeit der Erdschöpfung sollten die Geister menschliche Gestalt annehmen und der Schöpfer bestimmte diejenigen, die das irdische Leben beginnen sollten. Doch schon bald entwickelten sich viele schlechte Menschen und missachteten die Weisungen des Schöpfers. Deshalb wurde die erste Welt durch Feuer vernichtet und es überlebten nur die Guten, die sich an die Gebote gehalten hatten. Es entstand die zweite Welt, aber wieder wurden die Menschen böse. Abermals vernichtete der Schöpfer die Welt, diesmal jedoch mit Eis und Schnee. Da entstand eine neue, die dritte Welt. Sie war zwar nicht so schön wie die vergangene Welt, dafür lebten in ihr zufriedene Menschen. Irgendwann jedoch wurden auch diese Menschen böse, kämpften gegeneinander und hörten nicht mehr auf den Schöpfer. Einige gute Menschen wollten in einer anderen Welt Zuflucht suchen. Sie fanden schließlich die vierte Welt, beziehungsweise Tuwakazi. Das war unsere heutige Welt, in der Masau oder auch Masavu, der Hüter der Welt, lebte. Masavu erlaubte ihnen zu bleiben, warnte sie aber vor den Schwierigkeiten, die ihnen bevorstanden. Sie wohnten an vielen Orten, bevor sie ihre heutige Heimat erreichten. Das neue Land war so unfruchtbar, dass nur Gebete ihnen Regen und damit Nahrung bringen konnten. Die Hopi glauben, dass in naher Zukunft das fünfte Zeitalter beginnt, da Prophezeiungen zum Ende der vierten Welt bereits eingetreten seien. Mit dem Kürbis voll Asche wurde die Atombombe gedeutet und das Haus aus Glas, wo sich die Völker treffen, als das UN-Gebäude in New York. Laut den Legenden soll es überall auf der Erde brennen und eine Zeit großer Umwälzungen beginnen. Nur Menschen, die es nicht verlernt haben, mit der Natur zu leben, würden überleben. Mehrfache Versuche der Hopi, im Weißen Haus und vor den Vereinten Nationen vorzusprechen, wurden ignoriert. Diese Versuche, mit der westlichen Kultur in Dialog treten zu müssen, sind ebenfalls Teil ihrer Mythen. Ob die Prophezeiungen der Hopi eintreffen werden, bleibt abzuwarten. Doch ihre Botschaft ist klar. Es liegt an uns, im Einklang mit der Natur zu leben und friedlich miteinander umzugehen, um eine bessere Zukunft für die Menschheit zu schaffen. Also lasst uns die Schauungen genauer betrachten. Wie ich bereits sagte, besonders brisant sind die Warnungen, die der Stamm der Hopi im amerikanischen Bundesstaat Arizona von ihren Sehern erhalten hat. Die Seher sagten Folgendes. Danach beginnt die Zeit der großen Reinigung, wenn folgende Ereignisse erfüllt sind. Wenn zwei Symbole, das Kreuz mit den Haken und die aufgehende Sonne die Welt erschüttern, wenn eine Silberschnur über den Kontinent von Ost nach West gelegt wird, wenn ein Behälter mit Asche auf die Erde geworfen wird, wenn Spinnweben im Himmel gesponnen werden, durch die Menschen miteinander sprechen können, wenn die Menschen auf Straßen im Himmel fliegen, wenn die Menschen wertvolle Dinge aus der Erde holen, wenn der Adler auf dem Mond landet, wenn ein großer blauer Stern am Himmel erscheint, wenn die Frauen künstlich Kinder erzeugen, wenn es ein Haus im Weltraum gibt, wenn große Häuser der Menschen in der Luft herumfliegen, wenn die Hopi viermal zum Haus aus Glas gegangen sind und die Welt gewarnt haben, wenn all das eingetreten ist, dann ist die Zeit der großen Reinigung gekommen. Sie wird mit großen Feuern beginnen und dann zu Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Überschwemmungen führen. Der große Häuptling Weiße Feder über den Übergang in die neue Welt. Er sagte dazu, bereits acht Zeichen haben sich erfüllt. Die vierte Welt wird bald enden und die fünfte Welt wird beginnen. Das wissen die Ältesten überall. Die Zeichen haben sich über viele Jahre erfüllt und nur wenige sind übrig geblieben. Das ist das erste Zeichen. Uns wurde berichtet vom Kommen weißhäutiger Menschen, Menschen, die das Land, was nicht ihres wahrnahmen, die ihre Tiere mit Donner erschlugen. Das ist das zweite Zeichen. Unsere Länder werden das Kommen drehender Räder, gefüllt mit Stimmen, sehen. Das ist das dritte Zeichen. Ein starkes Vieh wie ein Büffel mit großen, langen Hörnern wird das Land in großer Zahl überrennen. Das ist das vierte Zeichen. Das Land wird durchzogen von Schlangen aus Eisen. Das ist das fünfte Zeichen. Das Land wird kreuz und quer durchzogen von einem gigantischen Spinnennetz. Das ist das sechste Zeichen. Das Land wird kreuz und quer durchzogen mit Flüssen aus Stein, die Bilder in der Sonne machen. Das ist das siebte Zeichen. Ihr werdet hören, dass die See sich schwarz färbt und viele lebende Wesen sterben deswegen. Das ist das achte Zeichen. Ihr werdet viele Junge sehen, die ihr Haar lang tragen wie unsere Leute, die kommen und sich mit den Eingeborenen treffen, um unsere Weisheit und unsere Lebensweise zu lernen. Und das ist das neunte und letzte Zeichen. Ihr werdet von einem Haus im Himmel hören, über der Erde, das mit einem großen Knall zur Erde fällt. Es wird als ein blauer Stern erscheinen. Sehr bald danach werden die Zeremonien der Hopi verschwinden. Das sind die Zeichen, dass die große Zerstörung nahe ist. Die Welt wird hin und her geschüttelt werden. Der weiße Mann wird Menschen in anderen Ländern töten, in den Ländern, die zuerst das Licht der Weisheit besaßen. Es wird viele Säulen des Rauchs und des Feuers geben, die der weiße Mann in Wüsten gemacht hat, nicht weit von hier. Und auch einen Ausblick auf das nächste, fünfte Zeitalter der Hopis gibt es. Die, die bei den Hopi bleiben und hier weiterleben, werden sicher sein. Da werden viele sein zum Wiederaufbau. Und bald, sehr bald danach wird Pahana wiederkehren. Und mit ihm kommt die Morgendämmerung der fünften Welt. Er wird die Saat seiner Weisheit in unsere Herzen einpflanzen. Gerade jetzt werden die Saaten eingepflanzt. Sie werden den Weg ebnen zum Eintreten in die fünfte Welt. Ich denke, diese Schauungen sind ein weiteres Puzzleteil, das sich in die bisher von uns betrachteten Prophetien nahtlos einfügt. So ist wohl bestätigt, dass nicht nur in unseren Gefilden, sondern auch über längst vergangene Zeiten hinweg überall auf der Welt Schauungen, die überaus ähnlich sind, gesehen wurden. Zum Abschluss möchte ich euch noch einige Worte des derzeitigen Häuptling der Hopi mitgeben. Häuptling White Eagle kommentierte die aktuelle Situation dieser Welt wie folgt. Diesen Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann man als eine Tür oder als ein Loch betrachten. Die Entscheidung, ob man in das Loch fällt oder durch die Tür geht, liegt bei einem selbst. Wenn ihr rund um die Uhr die Nachrichten konsumiert, mit negativer Energie, ständig nervös, mit Pessimismus, dann fallt ihr in dieses Loch. Aber wenn ihr die Gelegenheit ergreift, euch selbst zu betrachten, Leben und Tod zu überdenken, für um euch selbst und andere Sorge zu tragen, dann werdet ihr durch das Portal gehen. Kümmert euch um eurer Zuhause, kümmert euch um euren Körper, verbindet euch mit eurem spirituellen Zuhause. Wenn ihr euch um euch selbst kümmert, kümmert ihr euch gleichzeitig auch um alle anderen. Unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise. Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der alles von oben sieht, mit erweitertem Blick. Diese Krise birgt eine soziale Frage, aber auch eine spirituelle Frage. Beide gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension verfallen wir in Fanatismus. Ohne die spirituelle Dimension verfallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit. Seid ihr bereit, euch dieser Krise zu stellen? Nehmt euren Werkzeugkasten und nutzt alle euch zur Verfügung stehenden Werkzeuge. Lernt Widerstand vom Beispiel der indianischen und afrikanischen Völker. Wir wurden und werden immer noch ausgerottet, aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer anzuzünden und uns zu freuen. Fühlt euch nicht schuldig, weil ihr euch in diesen unruhigen Zeiten gesegnet fühlt. Traurig oder wütend zu sein, hilft in keinster Weise. Widerstand ist Widerstand durch Freude. Ihr habt ein Recht darauf, stark und positiv zu sein. Und es gibt keinen anderen Weg, das zu tun, als eine positive, glückliche und lichtvolle Haltung zu bewahren. Das hat nichts mit Entfremdung, Ignoranz gegenüber der Welt zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands. Wenn wir die Schwelle überschreiten, haben wir ein neues Weltbild, weil wir uns unseren Ängsten und Schwierigkeiten gestellt haben. Das ist alles, was ihr jetzt tun könnt. Gelassenheit im Sturm, Ruhe bewahren, täglich beten. Macht es euch zur Gewohnheit, jeden Tag dem Heiligen zu begegnen. Zeigt Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Mir bleibt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da und abonniert kostenlos diesen Kanal. Damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst, aktiviert die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020